Wir befinden uns jetzt im Level 11 in der Welt San Francisco und ihr seht, es sieht schon ein bisschen komplizierter aus. Aber ich zeige es euch, wie ihr es packt. Als erstes tauscht ihr die unteren beiden Kisten, also die Holz- und die gelbe Kiste, einfach aus. Jetzt greift ihr euch die beiden in der Mitte, also auch wieder die Holzkiste und die gelbe Kiste, tauscht die beiden aus. Und jetzt sind wir im Level 12. Das zeige ich euch im nächsten Video, bis dahin, macht's gut.